Kuno, ihr war ja das vorletzte Album, Zürich West, war ein riesiger Verkaufsschlager. Das letzte Album, Hoover Jam, ist auch erfolgreich, nicht mehr ganz so. Habt ihr jetzt einen Druck gespürt wegen dem? Nach der Gelben war es eigentlich schlimmer. Und jetzt, nein, jetzt haben wir eigentlich mehr Zeit genommen. Wir haben das erste Jahr überhaupt nichts gemacht. Zusammen haben wir ein wenig für sich Sachen gemacht. Und dann sind wir easy mal dran und haben ein wenig gebastelt. Und es war eigentlich eine sehr entspannte Stimmung bei meinem Aufnehmen. Das letzte Album, Hoover Jam, habt ihr ja in den USA aufgenommen. Jetzt das neue Album, Super 8, wieder in der Schweiz. Warum habt ihr euch jetzt entschieden, wieder in der Schweiz das Album aufzunehmen? Also, wir sind dann in die Staaten, weil wir mit dem Produzenten arbeiten wollten. Und wir beruert mit dem Steve Johnson. Und wir wollten dann mit dem eigentlich in der Schweiz arbeiten. Und er hat dann gesagt, er hätte das Studio dort. Und wir sollen auch dort herkommen. Und wir haben ja recht angefangen. Das kommt gar nicht teurer. Bis auf die Shopping-Liste, die wir dann noch nicht gewusst haben. Aber wir sind eigentlich nur mit ihm arbeiten, um zu lernen, um zu schauen, wie machen die das dort dann. Und wir sind eigentlich nicht davon ausgegangen, dass wir dann jede Schibe dort dann machen. Und wie siehst du jetzt die USA-Fahrung im Nachhinein? Ja, wir haben viel gelernt dort. Wir haben... Uns hat Wunder genommen gewisse Dinge, was er gemacht hat. Hat einfach sehr gut getönt. Und wir haben gedacht, wie bringen die das her. Und da haben wir glaube ich viel begriffen. Verrate ich aber nicht was. Das hat mir jetzt aber immer gut Wunder genommen. Nein, es ist einfach... In Amerika arbeiten... Sie sind irgendwie kompromissloser als jeder. Wir denken dann zum Schaffen... Man ist nicht so pingelig wie hier viel... Sie tun einfach, wenn eine Idee gut ist, wo es brummt dazu und die Aufnahme ist nicht perfekt, dann tun sie den Brummen einfach Leute machen und machen... Also sie sind einfach viel spontaner. Und es gibt eben noch Mut dort zu arbeiten. Weil man einfach denkt, hey, die arbeiten wirklich mit Sound zu. Nicht nur mit Wallklänge. Und das hat mir dann vor allem gefallen. Du hast vorhin gesagt gerade, ihr habt euch Zeit gelassen für das neue Album. Ihr habt ein bisschen eigene Sachen gemacht. Die ganze Band. Und du bist viel reisen. Beniert dich darum. Wie viel spürt man jetzt von den Reisen und von den eigenen Sachen, die ihr gemacht habt im neuen Album? Ja, ich bin ja wie mit meinem Kopf gereisen eigentlich. Also schlussendlich Songs von Neue Schieben sind... Ich beschreibe einfach eine kleine Welt. Ja, viel Beobachtung, aber es ist viel Zeug in meiner nähersten Umgebung bei mir zu Hause. In meinem Quartier. Also die kleine Welt von Kuno Lawana. Ja, ein bisschen davon, ja. Und wie sieht denn die aus? Songs hören, das, was ich auch bei den Songs sage, ist der Witz, wo ich auch den Preis geben will von dieser Welt. Und der steht drauf. Im Moment befassen wir euch natürlich mit den neuen Songs, wenn ihr jetzt noch auf Tournee geht und alles. Wie ist es für dich, wenn du eben alte Songs von euch anhörst? Ja, also gut so mit Liveaufnahmen habe ich nicht so Probleme. Es sind Momentaufnahmen. Und dann jetzt CDs, wo es auch Songs drauf hat, wo nach einer Zeitli denkt, hm, hätte man anders können machen, hätte man besser können machen oder so. Aber schlussendlich, die CD, jede CD dokumentiert eigentlich eine Zeit, wo wir uns damals zu jeweiliger Zeit drin befunden haben. Und schlussendlich, früher sind wir auch weniger gut schlagen mit der Studioatmosphäre, mit dem Schaffen dort. Wir haben da sehr viel dazugelehrt. Ich glaube, heutzutage schaffen wir das echt besser, dort wirklich eine Vision, die im Studio umzusetzen können. Ja, und umgesetzt haben wir es jetzt eben auf Super 8, der neuen CD von Zürich West. Es hat sehr gute Kritiken bekommen in den Medien. Ja, hast du es nicht gelesen? Ja, super. Aber was mir aufgefallen ist, überall heisst es, äh, Zürich West singt nur noch über... Schlimme Verhältnisse. Schlimme Verhältnisse. Zürich West singt nur noch über Sex. Hast du dich verwundert, dass jetzt das zu diesem Thema geworden ist? Ja, soll ich über Fussball singen? Oder ich weiss auch nicht. Nein, wir dürfen sehr einseitig Berichterstattung von unseren Schweizer Medien. Wir dürfen es gerne nicht nur über Sex. Also es geht nicht nur um Sex. Es geht auch mein Leben nicht nur um Sex. Ja, es gibt ein paar Songs, die halt diese Themen auch... äh, anschneiden, weil das ja nicht unrichtige Themen sind, wo man darüber reden, singen, weiss ich was. Aber ihr habt es nicht bewusst gemacht, weil es halt etwas ist, was zieht? Nein, das sind wirklich Sachen, die mich halt auch bewegen und die ich beobachte oder selber zum Teil erlebe oder einfach Reflektionen und ich denke mir aber viel weniger, was... Ich mache einfach Songs und überlege nicht, was gibt es für einen Platten Schwerpunkt Sex. Das kommt mir irgendwie dumm vor. Also das hat sich einfach so ergeben und äh, wie gesagt, das ist ein wenig überstrapaziert, diese Frage und äh, mir durch die Schiebe red, handelt auch noch von anderen Sachen. Zum Beispiel, erzähl mal ein wenig. Ausser dem, dass es aus deinem Leben ist. Es hat Songs, ganz generell einfach über, ja, Situationen aus meinem Leben oder aus dem Leben von Leuten, die ich gut kenne oder Storys, die ich umgesetzt habe, die ich aus einem Buch habe oder weiss ich was. es hat äh, klar hat es viele Beziehungssachen drin, aber ich finde es eine gute Art, die Sachen zu beobachten, weil da sehe ich viel und ich glaube, ich kann das am besten über solche Szenarien kreieren in einem Song. Aber der Sex wird zwischen erwähnt, aber es ist nicht der Aufhänger. Und es ist nicht alles autobiografisch in dem Fall? Ist es nicht. Nicht, also? Es kann nicht alles aus dir rauslesen in dem Fall, wenn man sagen muss. Kona, noch eine allgemeine Frage, es ist ja jetzt im Moment ein unheimliches Getue in der Schweizer Musikszene. Vor ein paar Jahren waren ihr so ein bisschen fast die einsamen Vorräuter. Jetzt gibt es den Göhlen, es gibt Quisha, es gibt neue, junge Bands wie die Lovebugs oder Subsonic. Wie wollt ihr das als alte, hasse, ja, für x- und schlusszeichen beobachten? Also ich finde es eigentlich sehr beflügelnd, weil wir haben früher immer gesagt, die Schweizer Musik findet ja zu wenig Beachtung und im Moment ist es ja vorrinnen der Charts, dass sich die Schweizer fast auf den Füsse rummen. Und ich finde es eigentlich mal früher, in anderen Ländern hat man es immer gesehen, das Dieheim ist eigentlich vorrinnen der Charts und das ist in der Schweiz lange nicht so gewesen. Aus was für Gründe auch immer, aber ich finde es eine gute Entwicklung. Ist das für euch auch Konkurrenz, die ihr spürt, dass jetzt so viele Schweizer gegen Führer drücken wird? Ich habe es gesehen, die Scheibe kommt jetzt und das sehen wir dann. Und wir sind überrascht dann, je nachdem, wie es rauskommt. Danke vielmals, dass du da gewesen bist. Hier nochmal die CD, Super 8. Und Bruno Lauer ist bei uns gewesen und geht jetzt natürlich auch nicht ohne, dass wir noch ein Lied zeigen, wo ein Clip dazu entstanden ist, zu einem Song ab dieser CD, das ist in Zürich West mit Echo. und wir sind auch ein Zürich, das ist ein Zürich. Das ist ein Zürich. Das ist ein Zürich. Deswegen Cottage Und inwächst und vorwächst komme ich nicht. Ich will schlafen, ich will sterben mit dir. Ich will dich auch, du wächst und glücklich werden. Ich will schlafen, ich will sterben mit dir. Ich will dich auch, du wächst und glücklich werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017